Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir werden jetzt heute endlich mal die Seilrutsche ausprobieren. Und ich bin am überlegen, wie kommen wir eigentlich da mit dem Schiff dann wieder raus. Weil wir da so bescheiden eingeparkt haben. Aber ich wollte das unbedingt einmal gemacht haben, so dort einzuparken. Wir müssen hier erstmal hoch. Aber viel haben wir hier jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Nur noch das mit der Seilrutsche. Wir haben irgendwo hier so ein... Also wir haben den Schlüssel für Sanitätshaus, für das Krankenhaus oder was auch immer das sein sollte. Müssen wir schauen, wohin... Also wo ist das Krankenhaus hier? So, bumm... Genau hier... Äh, nein, nichts runterfallen. Ich glaube, hier bin ich komplett falsch abgebogen. Nein, nichts runterfallen. Genau hier muss sie durch. Na du? Ah, da könnte ich runter, okay. Stimmt, wir können auch da hin. Wir können jetzt da hin. Da, wo er die ganze Zeit hin wollte. Ähm... Okay. Es hat geklappt. Ähm... Okay, da sind Schweine. Sind die aggressiv? Da können wir auch noch hin. Jetzt ist die Frage, sind die Aggro? Ne, die sind scheu. Ne, die sind doch Aggro. Jo, alles klar. Aua. Die sind Aggro. Und gleich drei Stück von denen. Ah, geh weg. Bleib da. Okay, komm, warte. So. Komme ich von hier dran? Okay, den haben wir. So, die sollen hierhin kommen. Bisschen näher. Boah, die können sogar ein bisschen... Die können sogar besser abbiegen, okay. Okay, den haben wir jetzt auch. Ach, hier sind noch mehr. Gleich vier. Aua. Autsch. Oh, ich hab keinen Bogen mehr. Ähm... Autsch. Autsch. Komm, geh kaputt. Ja, komm. Autsch. Okay, jetzt haben wir sie alle. Okay. Hat ein bisschen gedauert, aber... Haben wir geschafft. So. Dann heißt es jetzt... Darüber einmal. Dann schauen wir uns hier mal um. Was wir hier finden. Was ist denn das? Medizin, glaube ich. Heilsalbe. Ah, okay. Das gibt uns Gesundheit wieder. Interessant. So, was finden wir hier? Stimmt, Heilsalbe können wir ja auch selber herstellen, ne? Nochmal Heilsalbe. Eine andere Heilsalbe. Kiste. Schlüsse zur Truhe des Bürgermeisters aufnehmen. Und noch ein Hinweis. Okay. Ja, ich freue mich schon, wenn wir Olof irgendwann mal selber begegnen. Obwohl, hier gibt es ja keine NPCs. Außer die spielbaren Charaktere. Ich würde mich jetzt auch interessieren, ob Olof auch ein spielbarer Charakter ist. So. Nice. So, wo geht es zum Bürgermeister? Da geht es hin. Da waren wir ja schon. Ja, da waren wir ja schon alles. Dann sind wir hier jetzt gleich fertig, tatsächlich, oder nicht? Hut des Bürgermeisters aufnehmen. Okay. So. Nutze drei Teile eines Ladegeräts. Die haben wir. Du kannst jetzt erforschen. Ladegerät. Ja. Und dann hier. Bauplan Motorsteuerung aufnehmen. Was? Hinweis aufnehmen. Ähm. Motorsteuerung. Ladegerät. Und hier jetzt. Tangaroa. Ja, Mann. 81, 78. Okay, geil. Dann geht es bald nach Tangaroa. Geht es da noch irgendwie weiter hoch? Tatsächlich. Hier ist noch ein Koffer. Aber noch weiter hoch geht es jetzt nicht. Wir sind hier fertig, oder? Nee. Hier fehlt noch was. Das haben wir noch gar nicht erforscht. So, was haben wir hier? Eine Kokosnuss. Und nichts. So, was gibt es denn hier oben? Äh, gegarte Kartoffel. So, dann würde ich sagen, weil wir Hunger haben. So, auch die Wassermelone. Aufessen. Da wir auch ein bisschen Platz brauchen. Und das wird noch ein bisschen dauern. Und die können wir schon mal mitnehmen. Komm, wir machen die Wassermelone weg. Dann haben wir jetzt noch Platz. Hier geht es ja noch weiter nach oben. Okay, hier könnten wir wieder da hin zurück. Oder da hin. Aber hier ist ja auch noch was. Ein Schrott. Nice. Planke. Haben wir keinen Platz mehr? Ähm. Was könnten wir wegschmeißen? Hm. Wir haben so viel Leder. Schmeißen wir Leder weg. Gehen wir mal ein bisschen hier hin. Wir haben mehr als genug Leder. Was sind das? Okay. Schrott. Warte mal. Das Ding kann benutzt. Also kann verbraucht werden. Okay. Wollen wir jetzt noch mal hoch? Komm schon. Richtig hoch. Hm. Dann sind wir wieder hier. Ich hoffe, wir haben hier alles gefunden. Wenn wir jetzt hier nochmal gucken. Ja. Wir haben nur noch die Wildbären. Die wir glaube ich nicht mehr loswerden. Und die hier für Vasagatan. Wo ich aber auch keine Ahnung habe, wo ich die dann noch hin tun soll. So. Schnell. Bevor Boris kommt. Und noch mal ganz schnell. Boah. Es ruckelt. Das war jetzt... Wegen dem Spiel. Äh. Doch. Wegen dem Spiel. So. Komm. 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 Irgendwie. Irgendwie muss ich hier rauskommen. Komm. Irgendwie. Es muss doch irgendwie funktionieren. Ich glaube, es bleibt uns nichts anderes über. Als den Motor zu benutzen. Welcher ist denn der, der noch voll ist? Der hat noch was. So. Ganz schnell. Damit wir hier rauskommen. Und so. Bisschen mehr in die Richtung. In die richtige Richtung. Jetzt wieder drehen. Dann müssen wir jetzt hier auch langsam rauskommen. Was ist mit dem Yang-Di los? Komm. Wir gehen jetzt erstmal einmal noch mal kurz pennen. Dann können wir uns hier mal rausmanövrieren. Der ist auch schief geworden. Was ist denn da los? Egal. Wir gehen jetzt eben einlagern. Alles. Ah. Warte. Wir müssen noch eben kurz die beiden Baupläne leeren. So. Das ist schon erforscht. Ladegerät und Motorsteuerung. Ebenfalls schon erforscht. Okay. Interessant, dass wir es jetzt schon erforscht haben. So. Und. So. Das kommt dann hier rein. Die beiden wieder raus. Hier. Haben wir nichts, was da rein gehört. Hier die Kokosnuss kann jetzt hier rein. Die Mangos können hier jetzt wieder rein. Ähm. Die Kartoffel kann hier rein. Das können noch hier rein. Nichts. Hier die Seile. Wir haben wieder so viele Seile. Hm. Was kann noch hier? Oh. Holz. Glas. Wir haben mehr Glas als... Ach. Ja. Hier kann das hier rein. So. Guck mal, wie viel Holz wir haben. Durch diese kleine Insel. So. Wohl die beiden können wir gleich nochmal verbrauchen. Hm. Das kann auch wieder hier rein. So. Auch Heilsalbe. Wie gesagt, packen wir erstmal hier mit rein. Die beiden. Ja. Und dann hier Werkzeug können wir wieder umtauschen. Das kann hier hin. Der Haken kann hier hin. Ähm. Ja, die Äxte lassen wir erstmal noch hier. Das kann hier hin. Das kann hier hin. Die beiden tauschen wir einmal um. Honigwahlbe aufnehmen. Okay. So. Wir brauchen aber noch Rohre. So. Wo haben wir die Rohre? Hier nicht. Wo waren die denn? Seilrutschen-Geschirr. Hier Feuerwerk mit Teildetektor. Waren die hier? Seilrutsche. Abfalleimer. Hey, wo waren die Rohre? Ne, jetzt ernsthaft. Wo waren die? Hä? Okay, lassen wir erstmal sein. So, wir müssen aber hier noch ein bisschen was bauen, wo wir jetzt keine Nägel für haben. Ne, hier waren die nicht. Hier waren die Nägel. Ne, aber echt jetzt? Wo waren die Rohre jetzt? Ach, hier, da sind sie doch. Ich hoffe, das reicht. Um den hier jetzt anzuschließen. So. Dann hier noch. Ah. Jetzt sind sie voll. Jetzt haben wir aber zwei. Zu viel. Aber egal, die können wir vielleicht noch irgendwie für was anderes gebrauchen oder so. Wer weiß. So, wir hatten aber hier jetzt auch noch irgendwas Neues, ne? Für den vielleicht? Ne. Anker hatten wir ja. Paddel, Regel, Empfänger. Hatten wir hier nicht noch was Neues? Oder ist das hier? Wir hatten doch gerade noch was Neues gelernt zum Bauen. Hier Biokraftstoff-Raffinerie. Eine Seilrutsche. Okay. Können wir anscheinend noch nicht bauen. Was auch immer wir Neues gelernt haben. Warte, vielleicht beim Motor. Hier, Motor. Ne. Egal, wir bauen erstmal unten weiter. Wir brauchen hier noch Türen. So. Und Nägel. Warte, hierbei einfach Batterie hatten. Wo hatten wir jetzt die Ladestation? Es hieß, wir hatten ein Ladegerät oder sowas. Also, wir brauchen ein bisschen mehr hierfür. Hier auch. Und noch einmal. So. Und jetzt schauen wir mal, ob wir Farbe haben. So, dann können wir das da alles einmal auch noch mitfärben. Nice. Und hier die Wände auch noch. Und dann hatten wir vorne etwas, was noch mitgefärbt werden muss. Außen. Das da. So. Ja, danke, Boris. Dann hätten wir jetzt nur noch einmal Farbe für irgendwo. Hier nicht. Was hier? Auch nicht. Hier waren wir auch fertig. Welcher Raum waren das jetzt? Hier. Okay. Können wir eben nochmal die Sachen einlagern. Seile. Die müssen wir alle noch irgendwie verbrauchen. Plastik. Achso, warte. Wir können... Wo waren... Doch, hier war das. Das exklusive Pulver. Hier endlich mal reintun. Planke rein. Wir brauchen noch einen zweiten davon, dass wir dann hier entpacken. Jetzt haben wir die Bienen vergessen da hinten. Toll. Wow. Was wir auch noch brauchen könnten, wäre hier so drumherum diese Wände. Ja, die haben wir hier gebraucht. Jetzt haben wir auch kein Dings mehr. So, wofür werden wir das noch gebrauchen? Habe ich vergessen. Hier die Mannschaftsräume. Lagerung. So, benötigt Rohkost. Warte, jetzt wo wir eigentlich hier haben. Ah, Seile und Stein. Können wir jetzt mal endlich ein bisschen verbrauchen. So. So. Erstmal hier das exklusive Pulver. Haben wir nicht mehr. Aber hier haben wir Steine. Hier haben wir Seile. Alter, wir haben einfach mal 65 Scharniere. So, hier müssen wir jetzt auch schon fertig sein. Planke noch mal rein. Nein, hier geht's ja nicht hoch. Achso, die Blumen können wir auch mal heben. Und einmal Pflanzen wettern. Und Ressourcen sammeln. Aber wir hatten doch gerade irgendwie gelernt gehabt. Es hieß ja, wir hätten gelernt gehabt, wie man hier, also das wollten wir auch noch eben wegschmeißen. Und Plastik wollten wir auch noch einlagern. So. Komm, dann machen wir das mal so rum. Ist ein bisschen ordentlicher. Und schauen wir mal, wie weit das hier jetzt ist. Kommt noch eine Planke rein. Ja, ist fertig. Dann haben wir gleich drei Schuss. Nice. So, dann Reststeine können wir wieder hier reinpacken. Die können wir auch mal wieder hier reinpacken. Komm, die packen wir hier hin. Nee, erstmal hier hin. So. Also, essen. Wir müssen wieder essen. Komm, die Kokosnuss machen wir alle. Die Mangos machen wir alle. Wir haben mehr als genug Obst. No. Aber jetzt ernsthaft, jetzt frage ich mich wirklich, Was machen wir jetzt mit diesen beiden neuen Rezepten hier? Motorsteuerung kann am Forschungstisch erlernt werden. Und Ladegerät. Hier. Ah, okay. Dafür brauchen wir Titan-Barn. Unglaublich schwer. Okay. Aber wir haben ja jetzt den Netzwerfer. Und die nächste Insel, die wir erreichen, da holen wir uns das dann mal alles. Was wir brauchen. So, die Mangos können wir auch erstmal wieder zurückpacken. Komm, wir haben so viele Kartoffeln. Und Honigwaben. Ne, das soll bitte hier bleiben. So, die packen wir mal wieder hier hin. Ohne Titan-Barn können wir das ja nicht erlernen. Und, also, hier war das ja. Rohe Kartoffeln. Und hier benötigt Honig. Wie mache ich Honig? Ähm. Honig? Ah, Glas. Honigwabe und Glas. Hier haben wir ja ein bisschen Glas. Ah, okay. Wollen wir Honigwaben hier? Okay, ein bisschen Glas reduziert ist in Ordnung. Rest Honig packen wir mal hier hin. Also Honigwaben. Okay, wir brauchen mehr Kartoffeln. Wir müssen mehr Kartoffeln anpflanzen. Wir brauchen mehr Kartoffeln. So, wie spät ist es denn noch? Ich habe keine Ahnung. Wie viel Holz haben wir? So gut wie nichts mehr. Ich bin aber mit dem Überlegen, hier schon mal langsam anzufangen umzubauen. Hier auch noch ein paar Laternen zu machen. Also zu dekorieren, meine ich. So. Deko haben wir ja hier. Ähm. Einen Schrank. Komm, machen wir so einmal. Ja, können wir das hier reintun. Hier können wir Klamotten reinpacken. Ähm. So, kleine Malereien. Motivationssprüche. Okay, Schilder. Kalender, das haben wir ja schon. Bücherstapel. Papierstapel. Eine Kerze. Kerze war cool, aber noch nicht jetzt. Ein Teppich. Dafür brauchen wir... Okay. Eine Weltkugel wäre auch nicht schlecht. Kunststoff und blaue Farbe. Eine Uhr. Kunststoff und... Okay. Vorhänge. Plumpsklo haben wir ja. Okay. Wird noch ein bisschen dauern, bis wir... Hier, äh... Dekorieren können. Müssen ein bisschen mehr was sammeln. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und... Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018